Hi, ich bin Julian, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere. Ich hatte meine Leben langen Schwierigkeiten, Gewicht zuzunehmen, mein Gewicht zu halten oder eine Muskelmasse aufzubauen. Ich war immer extrem dünn und hatte trotzdem immer den Wunsch zuzunehmen, kräftiger zu sein und einen schönen Körper zu haben. Ich bin dann irgendwann für längere Zeit ins Fitnessstudio gegangen, auch regelmäßig. Das hat allerdings überhaupt nichts gebracht und mich eher demotiviert. Ich bin dann vor einem halben Jahr ungefähr auf Weltreise gegangen. Eine Zeit hat sich einfach gezeigt, wie krass mein Körper darauf reagiert, wenn ich keinen Sport mache und überhaupt nichts tue. Und das zeigt sich einfach dadurch, dass ich extrem dünn werde und extrem mager. Junge für dieses Jahr und das ist ein sehr guter Rettungsraum, dass ich einen schönen Anfang habe, mit dem Menschen es nicht gesprochen hat. Das ist ein sehr schwergager. Die ganzen Jahre zusammengezogen, die sich dort auch einfach nach Verrückter macht, dass sie ein vieles Spanieren werden. Die ganzen Jahre haben, die sich ebenfalls sehr guter genommen, aber sie haben einen sehr guter Rettungsraum, sondern ein sehr guter Rettungsraum, ein sehr guter Rettungsraum, aber es ist ja guter Rettungsraum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020